Ich darf, ich muss jetzt drauf, der mit Rü aufstehen und für mich alleine weiter. So, Sasa fährt. Kann ja nur schief gehen. Echt denn? Weil Samri muss nur mal ein Kuchen reden. Erst kommt die Zivilkultur auf. Dann lach ich. Scheiße ist ja, ich kann mich nicht auf zwei Sachen auf einmal konzentrieren. Das geht nicht. Ich würde das Video wahrscheinlich auch schlecht verbringen. Aber ich hoffe ja nicht. Nein, du kannst mal eine Kamera übernehmen. Das wäre er. Echt? Aber nur, wenn du dein Rechtsseck hier... Vorbei. Oh, Apfel. Das ist grün. Boing, 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 bang, 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 bang. Ich muss aber schnell die Hände vom Deck anlegen. Eka! Wennst du? Ich kann mich doch nicht so erschrecken wie es sein geht. Wahnsinnig spannendes Video drin. Ah! Ja, bitte. Na? Na? Muss ich konzentrieren oder? Du wolltest von der Kamera stehen. Jetzt hast du selbst schuld. Ohh... Kannst du nach nichts weiß, dann geht ja auch wieder weg. Ohh, bitte lache es nicht. Facher. Hör der Crew! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich werde dich nicht so schnell kommen, ich werde dich nicht so schnell kommen. Aber ich glaube nicht. Aber ich glaube nicht. Oh, die haben jetzt schon zugemacht. Oh nein, die Engländer sind wieder da. Oh, so ein Besuch abstattet? Ja, ich sehe ja nur scheiße aus. Die sind richtig lustig, Alter. Ja, da kann man bestimmt auch auf Tollette gehen, ne? Da kann man auch. Ja, warum drin? Ich habe Bock auf ein Eis. Wir gehen jetzt ein Eis. Ich bin darf noch ein bisschen arbeiten. In das eine Tag. Oh, weia. Ne, wir lassen uns. Warum? Ich habe keine Bock. Was eigentlich, dass du arbeiten musst? Was eigentlich, dass du arbeiten musst? Das sowieso. Ne. Das ist mein Name. Das ist mein Name. Du, 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 du. Du, du. Wenn ich das durch mich um ein Urteil geh'n Und wirst du mit mir flieh'n Dass ich was bei mir nach Boden dreh'n Wir versprechen uns für dich bei Ewigkeit Nee, wir machen jetzt ein TV-Party! Tampunk-Party! Das ist was dir jetzt gesagt, ey! Wieso fällt mir immer so'n Scheiß ein, Alter? Voller Schluss! Aber ich find's gut! Vernünftig! Gib mir rüber, Zigarette! Ich hab' völlig aufgedreht! Ja! Lach jetzt nicht! Ich liebe dich! Hast du was? Nee! Wir sind eigentlich Zigaretten im Mistlose! Mir aus der Tasche! Offensichtlich! Ja, das war gar nicht meine Tasche! Hallo! Na! Meinst du, der ist die Kamera oder Lena? Ja, eigentlich die Kamera, weil du die... Ich weiß ja nicht, was du von mir filmen möchtest! Ja! Ja! Ich glaub' mein Gesicht interessiert die Leute mehr! Obwohl unsere Videos interessiert sind auch keiner! Haha! Geil! Muss man am Samstag mit jemandem sprechen über eine eigene Show! Ich kenn' da so'n paar Connection-Stücke! Ich kenn' ja mal mit Gary drin! Haha! Die wird kein Babes, Alter! Die laufen dauernd im Hintergrund, kann man den Ton abschalten! Muss man aber nicht! Wir machen sowas ähnliches wie eine Jump-Guy-Show! Ich werde noch mal schnell auflegen und jetzt labern wir nur noch ins Mikrofon! Und immer schön über die Bokehls rüber! Der braucht schon auflegen, ein Jump-Guy kann's auch nicht! Möchtest du die zwei Zigaretten eigentlich in der Hand behalten oder müssen wir eine davon abgeben? Ja, ich halt' ja quasi hin! Übrigens, nach vier Tagen schmeckt das nicht mehr nach Mehl! Achso! Ja! Man gewöhnt sich daran! Ich hab' gehört, Schütteln hilft auch vorher, ne? Wo war's jetzt? Vor dem mehligen Geschmack! Hey, äh... Hey, äh... Ich dachte, der wär cool, aber er ist Bushido! Irgendwie eine Geschlechtskrankheit, oder? Ja, ich hab mir gestern ein Bushido eingefangen! Ne, jetzt ohne Scheiß! Ich lerne dann auflegen, weil Jump-Guy das ja nicht kann, können wir es besser! Weißt du nicht, Mehl? Nein, wir können auch geil landen! Wir sind ja... Wir sind auch ohne Jump-Guy! Himmeln! Wir sind auch ohne Jump-Guy! Naja... Ich mein... Ich krieg' den anderen nicht mehr zusammen! Hahaha! Scheiße! Mann! Warte, ist nicht irgendwas mit, äh... Wir sind auch ohne Jump-Guy! Ja! Und... Warte, ne, da kommt gleich noch raus zu! Dann kommt noch raus zu! Dann, wir brauchen keinen Jump, um geil zu sein, oder irgendwas? Ja! Die beiden waren es! Ja! Dann solltet ihr irgendwie mal mit meinem Techno-Base-Profil einbildern? Ich hab... Wir haben ein minimales Elektro-Problem in unserem Haus! Ich hab' mein TB-Profil mal gestern ein bisschen erneuert! Das sah so schmuckig aus! Heute kommt noch ein Bild dazu! Ich wollt' ja nett mal sehen! Wir sollten auch mal so eine Fan-Page eröffnen! Bei Facebook! Für wen? Für ein Gepern! Wir haben welche? Wir haben welche abends! Geil! Lass mal ein Meet & Greet starten! Also Samstag! Ziegelei! Wenn ihr von vorne auf die Bühne guckt! Auf der linken Seite! Dann können wir wieder rumhüpfen! Das sind wir! Also ich meine... Wenn ihr Fan seid, müsstet ihr das wissen! Aber... Bin mal gespannt, wer kommt! Haha! Ist jeder mal eingeladen, ne? Ist ja... First-Day-Fash! Wer hat eigentlich Geburtstag außer Tobi? Wie hat er Geburtstag? Tadam! 9.15 Uhr! Abartig! Ja! Lalalalalala! Ja? Meiner auch! Weep! 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 Was kommt eigentlich noch? Ich höre nur bis da! Kiegt noch mal ne Runde! Ich denke, wir haben 30! Ja! Mit einer kleinen Erinnerung an Closing! Was? Mit Closing? Mit einer kleinen Erinnerung an Closing? Nein! Ja doch! Was ist da eigentlich? Dann soll ich mich... Geh weg! So unser kleiner Insider, weißt du? Steig aus! Kommt raus! Achja! Wir bluten hier heute aus! Wuuuuh! Ich meine, man kann auch Sendung machen ohne Mikro, ne? Ich bin ja Mara! Genau! So, ich bin ja Mara! Ich bin ja Mara! Einmal machen wir so ein Steck! Äh, ich richte jetzt Kabel los! Ja und ich habe auch noch ein Steck! Sicher! Ich habe noch wieder noch ein Steck! Ich muss den Schein einfach rausmachen! Oder was? Oder man stellt sich denn auf die Kabel, dann kommt da auch nichts mehr durch! Ja! Das Einzige, was ich da noch im Keller mache, ist in den Müllpool endlich mal gehen! Nackt! Aber nun geht es bald zusammen! Apropos, wem habe ich das vorhin geschrieben? Irgendwem habe ich mal! Achso! Geil! Wieder so eine Schleife! Hammer! Ich fahre mal ne Runde! Hartlache! Ernsthaft! Ohne Witz, ne? Super! Ich finde, der wieder zurückfloppt, weißt du! Und lockt! Ja! Doch nicht! Hat Kopfschmerzen! Das sind nur ne Antwort! Was? Zeig! Auf nur ne Fremde! Auf nur ne Fremde! Auf nur ne Fremde! Tömbel! Hauhha! Was denkst du dir nur aus? So, ich fahr'n. Jetzt hoff's. Ich fahr'n.